Unsere Welt ist stark vernetzt und wir erledigen vieles digital. Das Zugbillett kaufen heute viele mit einer App, den Kaffee mit dem Handy. Anders im Gesundheitswesen. Da hinkt die Digitalisierung in der Schweiz hinterher. Viele Daten werden nach wie vor mit Formularen erhoben und so muss man immer wieder die gleichen Fragen beantworten. Der Informationsfluss stockt. Das erhöht den Aufwand. Und die Gefahr, dass Daten verloren gehen. Das will der Bund ändern. Dazu hat er DigiSanté ins Leben gerufen. Das Programm zur Förderung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Mit DigiSanté will der Bund einen digitalen Service Public für das Gesundheitswesen schaffen. DigiSanté ebnet den Weg für die digitale Transformation des Gesundheitswesens in unserem Land. Dieser Weg bedingt ein gemeinsames Verständnis. Und dass die unterschiedlichen Systeme miteinander sprechen können. Diese Fähigkeit bezeichnen wir als Interoperabilität. So können die Daten nahtlos fliessen und für Behörden und Forschung genutzt werden. Die Daten müssen zudem klar definiert und standardisiert sein. Und wie in einem Orchester gilt es, alles gut aufeinander abzustimmen. Dafür braucht es alle Akteure im Gesundheitswesen. Die Ärzteschaft und Apotheken, Heime und Spitäler, Forschungsinstitute, Versicherer sowie Politik und Behörden. Damit die Gesundheitsdaten künftig nur noch einmal erhoben und dann für verschiedene Zwecke genutzt werden können. Ziel ist ein möglichst einfacher, sicherer und effizienter Datenaustausch für alle. Gemeinsam schaffen wir so eine bessere Vernetzung zugunsten aller Beteiligten. Mit DigiSanté koordiniert und unterstützt der Bund alle diese Arbeiten. Die digitale Transformation erleichtert der Bevölkerung die Kontakte im Gesundheitswesen und sorgt dafür, dass die Daten für Behandlung, Abrechnung und Forschung einfacher ausgetauscht werden können als heute. Ein besonderes Augenmerk ist dabei natürlich auch auf den Datenschutz und die Cybersicherheit zu legen. Mit dem digitalen Service Publik für das Gesundheitswesen stärken wir die Schweiz und die Qualität unserer Gesundheitsversorgung. Zum Wohl der Patientinnen und Patienten und allen, die für das Gesundheitswesen tätig sind. DigiSanté – die digitale Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.